Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, wir versuchen uns jetzt nochmal am Eisdrachen. Dieses Mal etwas taktisch klüger aufgestellt. Hoffe ich jedenfalls mal. Das ist eh der, das ist Kanna, okay. Und vielleicht werde ich dieses Mal alles, was ich an Beschwörungen auch habe, mal raushauen. Ja. 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 Jetzt will wir ihn aus. Ja. Ja. I'll take my chance. So, und es geht los. So, ich beschwöre erstmal alles, was ich so habe. Okay, was haben wir noch? Okay, langsam wird's. Zu viel? Okay, nicht so toll. Also, die Ecke ist schon mal gut, weil die ganzen Gegner von woanders kommen. Allerdings war's wohl nicht so gut, dass ich so alleine da stand. Also, der Drache, der ist schon eine Baustelle. So, dann nenne ich mich mal von hier. Leave. I can still consider it and was that the rodent's name? I only know that it's centuries I've lived, didn't I? While I can never be since I eventually I noticed something similar in my fellow hatchlings. I don't want to kill ice at last, only I eventually hunted down remaining. As interesting as this conversation, I'll take my chance. Grave. So, Durens, das hier. Okay, Durens, mach gleich mal einen heiligen Glanz. Okay, dass der gleich mal wieder losgehen muss, dass es nicht geht. Aber ja, das ist so das Problem, was ich meine. Nein, wir können uns nicht im Vorfeld buffen, wir können nichts im Vorfeld beschwören. Das ist einfach die, ähm, Mechanik dieses Spiels. Also gut, ich kann Nahrung vorher benutzen. Das war's im Großen und Ganzen. Und das meiste Hip-Num haben, das jetzt Hip zweieinhalb Minuten. Ich meine so, ich kann denen was zu essen geben. Ich bin hier. Ja, die machen sollen, nachdem wir in Position wären. So. Ich bin hier. Wauw! Ich habe es so, ich wäre auf einen Fall. Jeg werden clinical erfahren. So, dann beschwören wir mal wieder. So, Alof, jetzt den Blutten rausholen. Duwenz, Schutz. So, äh, ah ja, stimmt, ich könnte ja, wo ist es denn, das hier auf ihm verwenden. Duwenz, mach mal ne Handvoll Alof weh. Das sieht jetzt richtig gut aus, eigentlich. Etomak, mach mal was gegen den da. Alof ist betäubt, das ist nicht so toll. Oga beschwören. Edea beschwör auch mal wieder was. Edea beschwör auch wieder was. Edea wirft das riesen Ding nochmal rum. Okay, kann er gehen mal näher ran. Ich muss mich jetzt zurückfallen lassen und draufschießen. Gott, was müssen wir noch heiß auf den draufschleudern. Ready, Watcher. Loh. Loh, Loh, Loh. Das ist nicht... Das ist doch nicht... ... ... ... Ok, da... ... ... ... Jetzt wird auf Kanna eingebroxt. Wir müssen noch mehr rausholen gegen das Ding. Kanna, wir brauchen Uge. Kanna, wir brauchen Uge. Kanna, wir brauchen Uge. Wenn wir nach unten gehen, abhüllen sie uns mit uns. Das ist nicht sehr hilfreich. Alle auf mir sehen, Lanzen, Duens, Duster. Lava, du, Beon, Seek! Auf den Vernehmenden. Wenn wir nach unten gehen, Lanzenduens, Duster. Ja langsam wird es unschön Okay das wird nichts werden Nee Fast aber nur fast Nächster Versuch Irgendwie kriegen wir Er war fast tot Wir waren es aber auch Also wir waren ganz tot Und das Vieh kann echt runterprügeln ey Dass es unschön ist Ich bin hier So dann bereiten wir nochmal Nahrung zu Hm Jetzt war nur die Hälfte der Zeit So So Und Untertitelung des ZDF, 2020